Warum Michi von einem Pfeil stirbt. Macht Spaß. Du brauchst nicht, du hast das hier nicht die ganze Zeit mit dem Pfeil entrollen, ja? Nicht? Jetzt werd ich dir den wegnehmen. Danke. Liste, ich hab bloß geholfen, Michi. Ich hab gar keinen Bogen. Das sieht bloß so aus. Ach, fuck it. Alter. Fuck it. Fuck it? Gott, mich fahre ich hier noch in so ein scheiß Loch. Loll, was war das denn? Michi kann's einfach nicht. Kannst du mir das Maul halten. Sagt Thorsten. So, jetzt muss Thorsten ein Thema vorschlagen. Was, ein Thema? Ja, wir haben... Okay, ähm, erzählt doch mal was aus eurer Jugend. Wir sind gerade da, 16, 18. Ich bin 17, ja. Ich bin 17, ja. Ach, scheiße, stimmt. Na und? Ich hab auch schon viel erlebt. Und? Was soll man da erzählen? Unser Leben ist langweilig. Und einsam. Ja, ihr seid ja auch Gamer, ist ja richtig. Richtig. Meins ja auch. Ja, das passiert, weißt du. Da kann's einfach nischt machen. Naja, das ist halt so. Das ist Schicksal. Alter, immer wenn ich hier springe, fängt's an mit laggen. Mit laggen. Lag, 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 lag. Lag, 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 lag. Boah, dieser Fuck-Sprung am Ende, ey. Das Tosnir, ich bin schon weiter. Nein! Du hast nischt, fick dich. Was denn? Weiß auch nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Oh, Mann, ey. Nein! Oh, Mann, da hing ich drauf. Da hing ich drauf. Wenn ich runtergeploppt. Na. Das ist doch scheiße, ey. Lauter so ne weiten Sprünge, ey. So Tosnir, dann erzählst du doch was aus deiner Kindheit. Oh Gott, aus deiner Kindheit. Bist ja schon so ein alter Sack. Ja, das stimmt allerdings. Aber warte, ich muss mich ganz kurz konzentrieren, bevor ich hier noch runterfalle. Ach, so ein Wichser. Hey. Moment. Schade. Paddy. Ja. Hör auf damit. Nein! Ach so, das... Boah, das hat sich grad total so angehört wie Fabians Siegesmund, ey. Ach, da hast du einen Block über mir gewesen, lol. Deswegen hab ich's nicht geschafft. Ich hab immer noch nichts gegessen. Deswegen konnte ich nicht springen. Das ist ja komisch. Ich hab schön Toastbrot gegessen und Baguette. Und dann haben wir noch einen Film gekocht. Ich glaub, ich hab mir gleich noch eine Pizza rein. Wer hat einen Film geguckt? Ja. Was sind meine Eltern? Ja. Die Eltern. Ich hab mal voll ekelhaft. Egal nicht. Na, bald sehe ich sie ja auch wieder. Meine Mami und mein Papi. Was hat der denn für einen Film geguckt? Need for Speed. Echt? Ich finde den Film voll gut, ey. Egal, was alle sagen. Der hat mega schlechte Kritik, äh, ja, Kritik bekommen und so. Aber ich finde den voll gut, ey. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, hab ich auch nicht gesehen. Im Kino, oder was? Nein. Mann, wie soll man den Spruch er mitnehmen? Das nächste Fall gut. Nein, den gibt's doch schon auf DVD, Mann. Das ist ja ne Lüge. Ja, Michi. Ich wollte ja nur was anhängt, was nirgends. Ja, ja, ich merk schon, ey. Ja, ja. Kannst du mal wissen, ja. Kann ja so nicht, Michi, ey. Warum nicht? Ach, da hab ich ja was überm Kopf. Das ist ja herzend. Ja, siehste, das... Ach, so ein Hoh und so. Hat er grad... Das war kein Fall. Ich hab gar kein... Ich hab gar nichts in der Hand. Aber... Ja, jetzt nicht. Alter, schafft diesen Scheißsprung hier nicht mehr. Ey, schafft diesen Scheißsprung? Michi, ey. Er war dünn. Das war ich jetzt nicht. Ja, weiß ich nicht. Du bist doch... Wer ist doof? Der Hust, der du. Ach, so. Pedi, ey. Was denn? Komm, gleich, was geflogen. Heiterus. Ja, ne, ne, die Kostner, das liegt ja schon ein bisschen rum. Ja, mach, mach du. Ich kann den Sprung aber nicht. Ja, auch nicht. Jetzt du. Jetzt du. Ah, fick dich, du. Ja, ha, 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 ha. Du hast nicht gar nichts. Du hast nicht einen Noob. Boah, mein Arm pennt grad hier ein. Das ist nicht gut. Alter, ich soll, ich muss mal rüber gehen. Michi, ey. Ein Pfeil ist in Ordnung. Jetzt ziehst du dich gleich wieder zehn Pfeile auf mich, weil ich einmal geschossen habe. Gar nicht war. Habe ich gar nicht gemacht. Das kam bloß so rüber. Oh, nee, was ist das denn für ein Sprung? David, was nicht hier abgeht, das ist... Ja, da kann man ja einfach. Ja, ich bin der Adventure geübt jetzt. Mit Wilms, ey, die ist nämlich mega schwer, die Map und deswegen. Ach, die ist voll leicht. Ja. Na, dann ist er gut. Die ist vollkommen easy. Jetzt mal die letzte Challenge anschauen sollen, dann haben wir bestimmt, weiß nicht, zwei Stunden verbracht. Hallo Michi. Na gut, die war aber auch groß. Die war auch riesig, ja, das stimmt schon. Gut, und die war scheiße schwer. Ja, das stimmt auch. Ja, aber wir haben sie natürlich geschafft. Ja, ja, ja. Als wenn, ey, ihr habt ihr hier doch bestimmt erst zwei, drei Challenges beendet, ey. Eine habe ich geschafft. Also die meisten, wenn wir es geschafft haben, habe ich es geschafft und Patty ist hinterher geflogen. Oder zusammen. Oh. Mann, das sind wieder Leitern gespawnt, da kann ich nichts für. Muss ich nutzen. Ja, das ist natürlich mal los. Kennst du doch den Bug bei Adventure-Rabs, Tosny. Und wenn dann so eine Tür aufgeht, naja, dann Türen sind dazu da, um da durchzulaufen. Ja, das ist richtig. Das kann ich verstehen. Na. Mal zurück. No. Jetzt aber. Mann, dieser Scheissproge, ich hab... Was war Tosny? Ich hab gar nicht geschossen. Funktioniert meine A-Taste nicht mehr? Kommt einfach eine neue Taste auf. Erst die W-Taste, jetzt die A-Taste. Ja, na, weil meine A-Taste ist halt meine Shift-Taste. Was? Wieso deine A-Taste? Mit der A-Taste läuft man nach links. Ja, echt was? Ja, aber meine B-Taste funktioniert doch nicht. Also hab ich das Ganze einfach eins nach rechts gerückt. Und dann ist es halt sehr weit von ESDF zu Shift. Deshalb hab ich das halt auf A gelegt. Das ist eine Lüge. Und Kuh ist bei mir Spränden. Fick dich. Ich hab dir nur geholfen, ja. Ja, okay. Du drängst dich wieder zurück, ey. Ich werd dir auch mal helfen, Michi. Ich werd immer abgeschoben. Ich werd immer abgeschoben von dir. Boah, das stimmt doch gar nicht, du Hurtsohn. Natürlich hab ich dir geholfen, ja. Nein. Das tat im Herzen weh. Oh, das tut mir aber leid. Das wollte ich nicht treffen. Ach, fuck, ey. Das wollte ich. Tut mir leid, das wollte ich treffen. War mit Absicht. Boah, ich bin die so ungleich, da sind die alle. Ja, aber die hab ich auch immer bei 1,7 hab ich die immer, ey. 1,8 ist richtig geil, aber 1,7 auch gut. Aufnehmen hab ich Frame Drops. Ja, die hab ich aber auch, ey. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Wobei noch heute, irgendwie. Ich hab die irgendwie seit ein paar Tagen, ey. Aber durchgängig auch. Ja, ich auch. Heute. Mann, ich hab den Sprung nicht mehr. Wo ist mich denn? Ich hab da. Fick dich. Aua. Das war ich jetzt nicht. Das war bestimmt Paddy, ey. Ja, war es ja auch. Wer soll es sonst gewesen sein, wenn ich sie war? Wann wenn ich schon anfange mit Lachen? Oh nein, jetzt hab ich Michi wieder getroffen, weil Michi jetzt vor die Linse gerannt ist. Oh, fuck. Ja. Vor die Linse fangen. Mann, oh. Mag den Bogen mit unendlich Feinden. Ja, also, den haben wir schon ewig, ey. Ne, nicht ewig. Doch, da hat es Sascha mit aufgemacht. Ja, richtig. Boah, wirklich, den Frame Drops bin jetzt runtergefallen, ey. Fick dich doch einfach. Schlimm, ey. Kann ja gar nicht wahr sein, ey. Kann auch nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Nein. Nein, ich wollte gar nicht so weit springen. Fick dich. Ich war das gerade nicht. Das war Michi. Ja. Ich bin nach vorne geflogen. Das kann nicht Michi sein. Michi hat Rückstoßpfeile. Er kann seine Pfeile. Ja, die wirken in die andere Richtung. Rückstoß ist aber zurück. Ist mir egal. Torsten, hast du jetzt schon was für die Schule gemacht? Na klar. Also heute nicht. Ah, okay. Weil heute, ja, gestern auch nicht. Oh nein! Boah, du Hure! Hallo, Michi. Hi. Aua. Ja, aber... Ich hab den Faden leider verloren. Michi hat mir geklaut. Als letztens hat's so, glaube ich, Geschichte gemacht. Ich glaube, es war ein weißer Faden oder ein roter. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist das eine Spacken? Aber ein roter Faden wäre nicht so gut. Ich glaube, der wurde eingefärbt. Muss so sein. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Bei welchem Thema? Egal. Alle, alle Tage wieder oder was? In der Regel schon. Ah, okay. Nein, zu weit gelaufen. Oh, Menno. Oh, Menno, das kann doch gar nicht. Oh, Meil. Mensch, Meil. Vergesst nicht, ich muss oben ankommen, weil ich hab die Pickaxe und das Buch. Wir werden nie oben ankommen. Yay! Na, sehr gut. Und warum hat das dann Paddy? Nein, ich hab nicht gesehen. Wenn ich die Schilder gelesen hab. Ach so. Na, weil, weil lesen ist langweilig. Weißt du, dann beschwört es sich, dass es keine Geschichte gibt, dann gibt's noch was zu lesen. Das ist langweilig. Na klar, lesen ist kack. Stimmt, da hatte ich gestern auch, ähm, ich will ja hier Test-Shopper-Gedöns machen. Weiß. Ja, ja, na, da gehst du halt in den Lehen und testest halt, wie freundlich die Leute zu lesen. Nein, das ist ganz cool. Hey, du kriegst Geld dafür. Zu Ausländern sind die aber immer freundlich, Paddy, das ist unfair. Aber du hast die nur immer selbst, Freunde. Das war posit- Aua, danke. Ah. Nein, Paddy. Nein! Ey, Paddy. Verdient. Ey, was soll denn das jetzt hier? Nein! Ich hau ab. Oh, ja, ja, hm. Punkte standen vier. Das ist gut. Vier ist ein guter Punkt. Boah, dieser Scheiß- Wie vier. Stand da. Punkte standen vier. Achso, ja. Wie hast du denn Sprung eigentlich? Ich hätte ins Bild gerannt. Ich wollte- Paddy, da bist du mir ins Bild gerannt. Man! Wie hast du denn Sprung eigentlich gemacht, den Einzelsprung, wo die Decke drüber ist? Ähm, mit- Also quasi, wie wenn du einen Doppelsprung machen willst. Echt? Also doppelt, hm. Und dann- Dann machst du die voll gut. Okay. Dann laufen die. Nein! Gut, dass ich ihn getroffen hab. Ich dachte schon. Das pelle die wieder sauer. Was? Wenn ich dich getroffen hätte. Das ist halt Spasti, ey. Mann, Mann. Aua. Das ist fast so wie bei Wimps und mir, ey. Nur trollen. Wir trollen nicht. Nee. Och, ich hasse diesen Sprung. Wir haben die ganze Zeit nicht getrollt. Das stimmt. Ja, aber kaum bin ich wieder da, weißt du. Das muss der gute Einfussung sein. Du hast angefangen, ja? Kommst erst mal rein und schießt mich ab. Ja. Das nervt ein bisschen, oder? Naja, nerf ein bisschen. Naja, nerf ein bisschen. Naja, nerf ein bisschen. Naja, nerf ein bisschen. Naja, nerf ein bisschen der. Und ich leg mir jetzt mal so, ey, 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 ey. Was war Michi? Nein, ich hau mir die Pizza in den Ofen. Was glaubst du schon? Also, äh, war es ich? Nein, nicht du. Ja gut. Spring dir mal weiter, ich, ich, Pizza in den Ofen. Ja, aber du hast ja nur die Peck-Ecks, das ist schon okay, ja, ja. Mann, ich hab langsam Hunger, ja? Mann, passt nicht. Nee, wenn dann trifft schon. Halb 10, also bis gleich. Dann halb 10? Hoppala. Ja, wir haben schon halb 10. Ach, alter. Muss man kurz ein bisschen gucken. Was denn jetzt, ey? Ne, du bist in der Aufnahme, du kannst doch nix gucken gehen. Doch, ich kann jetzt was gucken gehen. Ja, aber... Was gehst du denn gucken? Ob du deine Eier finden kannst, oder? Du kannst ja mal was zurückschreiben, so. Ach. Einem gewissen Mensch namens... J? Ja, den guten Juden, ja. Richtig. Den guten... Boah, alter. Ja, den muss ich jetzt zurückschreiben. Ja, Juden sind aber auch cool. Ja, das stimmt. Juden sind cool? Das ist das erste, was ich hier höre. Ja, wir unterhalten die Leute auf eine andere Weise. Genau. Mann, ich schaff diesen Wichssprung nicht! Wir schwärmen von Randgruppen. Rassen. Also von Tosny. Ja, Tosny sind ja sowieso die größten. Naja, das sind die größte Randgruppe. Tosny war ein bisschen ab zurückgefallen. Wird am meisten. Was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Das war komisch.